so freunde willkommen zu einem kleinen beschwörungs video und der vorstellung von ulius wir machen in erster linie die münzen und dann ist das auch glaube ich erst mal erst mal durch wenn überhaupt dann noch was am letzten tag ja also ich plane hier nicht viel auch wenn das ganz nette helden sind alle mit alle miteinander hier so wie sie da sind aber es ist halt nicht mein haupt fokus ja wir gucken uns hier erst mal den neuen an und dann schauen wir welches mit den zehn beschwörungen die ziele sein könnten gut ulius ja haben wir schon in der kalender vorstellung uns ja mal so kurz angeguckt habe ich ja schon gesagt was der so kann ist nach den bildern die ich zur verfügung hatte diesen stapel kennen wir schon von den neuen magiern dieser minus fünf prozent manner generations stapel oder manner generation stapel der man bis zu zehn mal stapeln kann also erst minus fünf wenn die dann noch mal auslösen hast du minus zehn das ist natürlich enorm undankbar das kann dann dafür sorgen dass deine helden dann nicht mit sieben steinen voll sind oder nicht mit sechs steinen es ist halt nervig so und das andere passiv das das kennen wir schon ja das das haben wir schon und gesehen auch bei den alten so feindresistenz alles klar ist okay ja magier klasse wenn ich bei einem magier helden aus einem magier turm wo dann ein eine magier klasse ne ist jetzt nicht mein favorit aber ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht so schriftrolle der gleichungen erste mal eine aufladung geschwört für jeden verbündeten ein verzaubertes siegel ja da kein da ist ja wunderbare übersetzung ne also ein verzauberten siegel da kein mit 15 prozent leben und 20 prozent angriff des wirkers also und seinen werten wenn dann also nicht mistweaver also nebelweberin dasteht dann ist es halt basierend auf den lebenspunkten und den angriffswert die unterscheiden sich dann ein bisschen der verzauberte siegel lakai gewährt seinem besitzer plus 20 prozent mana generation solange der besitzer diesen lakai noch hat dieser effekt kann nicht gesäubert werden das heißt das ist gebunden das ist genau so wenn man ähm den zum beispiel den feind von fortuna oder von hannah drauf hat als beispiel und man kleent sich aber man heilt den feind nicht weg dann bleiben diese sachen halt auch weil die an den feind gebunden sind das einzige oder der einzige der es weg machen kann ist der equalizer sonst sind diese sachen wenn da irgendwas ist ähm mana generation ist gebunden attack down ist gebunden das ist meistens an den minions oder an den feinden dann dran ja das heißt solange wir diese lakai haben haben wir 20 prozent mana regeneration und das ist stark das ist viel das ist ein fünftel ja und ähm das haben wir so lange bis dieser lakai halt tot ist also da muss man sich mal auch überlegen das sind jetzt in in meinem verhältnis bei der magia aufladung mit meinen truppen sind das sechs steine um einen gravierenden dauerhaften mana boost zu haben solange meine lakai da sind das ist schon nicht schlecht ja in der zweiten aufladung beschwert einen verfluchten siegel feind für alle gegner also erst minion für uns in der zweiten aufladung feinde macht so wie anastasia die macht ja auch erste aufladung für uns minions in der zweiten schaden und feinde hier haben wir jetzt den feind der feind greift sein ziel mit 100 prozent angriff bei jedem zug an okay das wird nicht nicht gravierend sein dass das der game changer ist äh er absorbiert heilung das kennen wir auch schon und so weiter und so fort so aber jetzt kommt das ding was ihn gut macht der siegel feind gewährt seinem besitzer minus 38 prozent mana regeneration das kann nicht gesäubert werden erst verschwindet dann wenn der feind auch tot ist so das ding ist aber da ist es ja auch ähm immer so die sache erste aufladung zweite aufladung milena erste aufladung heilung zweite aufladung schaden ja jetzt natürlich dann auch noch da boni entfernung und in der ersten aufladung der clean aber es geht darum zwei entgegengesetzte sachen macht er ja auch er macht zwar was mit minions aber er macht halt auch was mit feinden sind halt unterschiedliche sachen entweder er bufft uns oder er ähm macht ein malus auf den gegner die frage ist halt zweite aufladung da braucht man halt schon ein paar steine ne da geht's das sind dann auch so die ähm die überlegungen die man da machen sollte wenn man oder als man oder wenn man milena braked äh embleme gibt meine ich gebe ich eher defensive und leben oder gebe ich ihr angriff wegen dem zweiten wegen der zweiten aufladung ich persönlich würde es immer so handhaben das was sie in der ersten aufladung machen als maßstab zu nehmen deswegen habe ich meine milena auf defensive und leben geskillt ja ähm das macht man natürlich bei ihm hier auch er macht ja keinen offensiven schaden in irgendeiner art und weise und ich würde ihn tatsächlich eher nutzen als mana boostler sozusagen als jemanden der die mana generation beim gegner irgendwie runtersetzt ja oder verlangsamt weil muss man auch so überlegen wenn jetzt ähm ein aramis ausgelöst hat dann setzen wir zwar den feind aber nicht den ähm slowdown weil ja da die immunität drauf ist das ist noch so eine sache wie man solche solche dinge umgehen kann das sieht man dann auch teilweise wenn ich äh mit fortuna auf aramis gehe ja diese immunität kann man nicht wegmachen das heißt fortuna dispellt nicht sie setzt nur den feind drauf dadurch dass aber immunität da ist kann der attack down der feinde nicht gesetzt werden also haben wir wenn ich wenn aramis vorher ausgelöst hat haben die zwar feinde aber ohne den attack down gleiche wäre bei hannah gleiche wäre elisabeth macht auch was mit slowdown das gleiche wäre bei ihm hier auch er würde nur den feind setzen und mehr nicht ja das heißt gegen aramis hm da ist natürlich die zweite aufladung total für den arsch ja ich würde wahrscheinlich einplanen es immer als eigenen boost zu nehmen weil wenn ich schneller geladen bin dann hab ich ja helden dabei die verheerend sind wenn möglich oder die ein match schnell entscheiden können wenn sie an sind und je schneller die an sind desto eher gewinnig als wenn ich bis zur zweiten aufladung warte nur um beim gegner einen slowdown zu setzen selbst dann dann kommt eine dicke kaskade oder sowas und dann lösen die vielleicht trotzdem aus also ich plane immer die erste aufladung ein und die ist in dem fall sehr gut wenn es jetzt andersrum wäre wäre er gar nicht mal so geil würde ich jetzt mal behaupten also ich finde die reihenfolge in der ersten aufladung den bonus für uns das finde ich schon deutlich besser als wenn in der ersten aufladung der malus für den gegner wäre ja persönliche meinung und dementsprechend ist er eigentlich ziemlich gut da müsste man jetzt selber ausrechnen oder dann ausprobieren diese mana regeneration wie viel steine dann die jeweiligen helden dann brauchen ja aufladungshelden sehr schnelle helden schnelle helden mittlere helden und so weiter und so fort äh wie viel normale steine in gegner rein wie viel geghostete steine wenn man das dann einmal drauf hat dann weiß man ja und meine helden sind jetzt deutlich schneller am start gut wichtig würde ich machen ich habe ein fernrohr bringt mir also nicht wirklich viel ne das ist halt auch so ein ding äh weshalb ich hier nicht äh so reinhauen will einfach weil ich a im moment nicht leveln kann b fehlen mir bei blau und bei lila materialien viele materialien ich habe ein fernrohr ein wappenrock und ähm ich habe halt auch andere projekte die ich eigentlich machen will und wenn jetzt wieder was neues dazu kommt weil ich ganz viel beschwöre dann wird das halt einfach nichts ne deswegen machen wir die 10 münzen mehr ist erstmal nicht geplant so wer sind die ziele ja natürlich ulius wäre ganz cool becky wäre ganz cool da haben wir fernrohr und wappenrock problem wappenrock problem hier sogar noch extremer weil ich habe halt auch noch ähm eine lepiota die ich gerne machen würde also schwierig ja willow könnte ich machen in gelb ich bin aber ich weiß noch nicht so bei ihr bei ihr weiß ich echt also sie ist schon nicht schlecht das definitiv nicht aber ah keine ahnung ja er eher nicht so ne milena würde ich nochmal nehmen sie würde ich womöglich auch nehmen brandschaden wenn sie stirbt überlebt sie sich wieder und hier ist eine wiederbeleberin und der erlittene schaden wird um 50 prozent reduziert das ist natürlich ganz nett aber zweite aufladung dauert halt ein bisschen also telonius ist ganz geil ray ist ganz geil camilla ist ganz geil aber das können wir relativ kurz machen ähm warte mal eben ihn habe ich ihn will ich als nächstes einfach mal leveln ihn habe ich sie habe ich sie habe ich ihn habe ich sie habe ich ihn habe ich ihn habe ich agraphena ist eigentlich ganz nett in der ersten aufladung ne da würde ich sie tatsächlich spielen weil sie da halt den malus auf den gegner macht minus angriff minus verteidigung und gift schaden das sind drei super sachen die relativ zügig sind mit sechs steinen boom problem wappenrock so camilla würde ich sofort leveln problem fernrohr ray ja bonientfernung brandschaden ne macht auch brandschaden ja brandschaden ähm elementare defense saunum bonientfernung ja das ist gut den würde ich nehmen kann ich auch leveln telonius kann ich auch leveln wäre auch ne sagen müsste ich ein spezielles team drum bauen könnte ich aber hinkriegen also ray telonius nadesh da ja das wären die die ich leveln könnte also die 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 äh ja wie soll man sagen die die voraussetzungen sind nicht so rosig ne zumal ich ja auch eigentlich fernrohre wenn ich sie habe aufheben will weil ich hoffe ein univakamaru zu kriegen bei den ninjas also hm das wird schwierig wir gucken einfach mal was bei rumkommt äh und dann sehen wir einfach vielleicht kommt ja auch gar nichts und dann wollte ich mir gar keinen kopf machen wenn natürlich jetzt irgendwas kommt dann ähm müssen wir halt echt überlegen wie wir da weiter vorgehen aber ich plane jetzt einfach mal weil ich so viel glück in letzter zeit hatte hier jetzt mal nichts unbedingt ein ersten drei waren auch direkt drei sterne das ähm zeigt schon mal wahrscheinlich wohin die reise gehen wird ja vier beschwörung vier mal drei sterne gehen alle in fortuna dann rein ok sturm fangen und tatsächlich wären gelb und rot nicht schlecht lila lila und blau sind mein todesurteil wenn das unser einziger eventheld bleibt dann weiß er bescheid gut ja da kam jetzt nichts bei rum ähm ich bin auch ganz ehrlich nicht krass gehypt auf die magier bin ich auch ehrlich weil ich sie halt auch nicht leveln kann ne das ist ja das problem ja ulius an sich nochmal zum abschluss super in der offensive ja also da ist er top defensive weiß ich nicht aufladungshelden ich mag sie immer noch nicht in der defensive bin ich auch ehrlich ähm und sonst kannst du ihn eigentlich vergessen also in türme ne events nein titan nein er ist halt ein reiner offensiver support held da ist er aber dann auch extrem gut also wer ihn kriegt für den support auf jeden fall leveln ich will ihn noch nicht in damage stack packen oder sowas ne weil er macht ja so kein damage stack ähm äh dass er da in den den stack reinkommen müsste also von daher super supporter ja aber sonst äh nicht äh wirklich von gravierender relevanz in meinen augen ok gut jo das waren die die zehn beschwörungen mehr plane ich auch nicht falls ich mir nochmal irgendwie was kaufen sollte dann äh werde ich nur münzen hier spielen in der meiche aber so viel werde ich auch gar nicht mehr machen weil ich auch grad aus der werkstatt gekommen bin mit meinem auto war auch schön ähm deswegen ja lassen wir das erstmal so stehen die magier sind durch wir sammeln einfach weiter für die ninjas und dann ähm gucken wir was da in der in der zwischenzeit noch alles kommt aber so erstmal ganz entspannt können wir jetzt den turm spielen wir haben alles weg ja auch die hier da habe ich ja ähm ein paar vier sterne truppen gekriegt aber das waren rote magier zwei rote krit und eine grüne mana meine ich war das ich habe sie jetzt einfach rausgehauen weil was sollen sie da noch rumgammeln die truppen die mir jetzt noch fehlen diese lila ninja truppe zum beispiel ich habe noch jemand eine ninja truppe ich weiß nicht auf level 5 oder sowas aber die werde ich sowieso nicht leveln es ist auch egal ob die am ende fehlt oder nicht das ist mir eigentlich egal gut dann freunde vielen dank fürs zuschauen euch viel glück falls ihr beschwert ja sowohl bei truppen als auch bei helden und wir sehen uns dann im nächsten video macht's gut ciao ciao so 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 so